In diesem Video erkläre ich euch kurz, wie ihr das Problem mit einem zuckenden bzw. verzögerten Mauszeiger in den Griff bekommt. Einige von euch werden Switcher 3 vielleicht nur mit 30 Bildern die Sekunde spielen können oder wollen, weil ihnen die Grafik wichtiger ist. Auch mit 30 FPS macht Switcher 3 Spaß. Ein Problem gibt es jedoch, wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt. Der Mauszeiger läuft alles andere als flüssig, was besonders in den Menüs echt nervt. Wer trotzdem nicht zum Gamepad greifen möchte, weil die Maus- und Tastatursteuerung, wie ich finde, gut gelungen ist, braucht in den Optionen nur auf Video, dann Graphics bzw. auf Deutsch Grafik und dann Allgemein gehen und ganz unten etwas versteckt den Hardwarecursor aktivieren. Und schon ist das Problem gelöst und euer Mauszeiger sollte sich nun flüssig steuern lassen. Einziger Nachteil, ihr könnt nicht mehr in-game die Maus-Empfindlichkeit anpassen, da jetzt die Einstellung in eurer Hardware übernommen wird. Solltet ihr euch also diese Einstellung nicht für Switcher zusagen, solltet ihr in eurer Maus-Software, bei mir ist es zum Beispiel Razer Synapse, ein Profil für Switcher 3 anlegen und darunter die Empfindlichkeit anpassen. Wie ihr das macht, zeige ich euch kurz anhand von Razer Synapse. Wie ihr das Problem mit der Maus in Switcher lösen könnt, habe ich euch eben schon gezeigt, jetzt zeige ich euch, wie ihr eure Mausempfindlichkeit bzw. eure Mauseinstellungen mit einem Spiel verknüpft, anhand von Razer Synapse, die Software, die ich benutze. Entweder ist das Programm schon in eurer System-Traybar oder ihr ruft es einfach über das Windows-Startmenü auf. So sieht die Oberfläche aus. Hier links haben wir die Profile, hier ist natürlich schon ein Switcher 3 Profil vorhanden. Das werde ich jetzt für Demonstrationszwecke einfach mal löschen. Mit dem Plus können wir neues Profil hinzufügen und geben dem Ganzen auch noch einen Namen und verbinden das mit einem Programm. Hier oben haben wir natürlich den Pfad zu dem Spiel bzw. zu der ausführbaren Datei, mit der ihr das Spiel startet. Entweder gebt ihr dort den Pfad ein oder sucht es links aus der Leiste raus. Hier hat sich die Software da schon gemerkt, deswegen wähle ich hier Richard3.exe und ich kann hier direkt die DPI, also die Empfindlichkeit für die Maus einstellen. Und ihr seht gleich, die Einstellung wird sofort übernommen. Und hier kann man das ganz genau einstellen, wie man das für sein Spiel haben will. Ich kann dann natürlich noch das Profil wechseln. Auch hier wird sofort die Einstellung übernommen. Zusätzlich kann ich auch Empfindlichkeitsstufen konfigurieren. Das sind also sozusagen Presets, Voreinstellungen mit maximal fünf Stufen hier in dieser Version, die man einstellen kann, weil einige Mäuse haben auch Tasten, mit dem ihr direkt im Spiel diese Stufen durchschalten könnt, was zum Beispiel für Shooter sehr interessant ist, wenn ihr in Battlefield zum Beispiel an einem Panzer sitzt und dort eine hohe Empfindlichkeit haben möchtet, damit ihr euch einfach schneller bewegen könnt. Oder als Sniper spielt, dort möchtet ihr vielleicht eine eher geringe Empfindlichkeit haben, damit ihr einfach präziser seid. Auch das lässt sich hier einstellen und eben über diese Profile mit dem Programm verknüpfen. Ja, achso, die Aktualisierungsrate, Abfragerate noch auf 1000 Hertz, einfach damit das Ganze noch ein bisschen präziser ist. Und das war es eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.